X 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 Nun, ey, können die Flugzeuge mal jetzt aufhören so laut hier über mein Haus zu fliegen? Das nervt ja richtig. Ich bräuchte Wolle. Wolle wäre super. Scheiße. Kein... Ach, egal. Das wird leider nichts mehr. Ich wollte eigentlich irgendwas in Bezug zu meinem kellerlichen Leiche machen. Aber ist das irgendwie nicht so? Nee, ist nicht sowas eingefallen. Ja, gut. Die Sonne geht unter. Es ist nicht schön. Bin mal gespannt, ob ich einen Light Shader noch reinmachen kann. Ja. So. Geht noch voll klar eigentlich. Nur ist der ein bisschen arg dunkel. Hier, Kuda. Kuda ist auch scheiße dunkel, aber nicht. Okay, ist wohl nicht so für die 1.9 gedacht. Ich nehme den wieder raus, okay. Ich habe keinen einzigen? Boah, bin ich scheiße. Keinen einzigen Shader für 1.10. Ich hatte mal einen. War ich noch drin? Aber der ist zu laggy. Wow. Wow. Wow, das sieht halt schon scheiße aus. Kann ich das... Ich hasse es, wenn der Himmel so langweilig aussieht. Deshalb benutze ich entweder Shader oder sowas hier. Gucken, ob das geht. 1.9.2 ist zwar ein bisschen länger her wahrscheinlich. Oh, perfekt. Geil, Alter. Oh, ja. Das sieht doch geil aus, Alter. Es sieht einfach viel besser aus. Warum sollte man nicht sowas drin haben? Jetzt brauchen wir mal Kohle. Habt ihr das gehört? Was hat das denn? Sind das die Steingeräusche? Hä, wer hat denn da so reingekackt? Warum habe ich überhaupt ein Soundpack drin? Ah, keine Soundpacks. Was sind das? Ja, keins. Aber die Soundgeräusche gebe ich mir ja nicht. Hä? Ist das ein Standard? Das kommt vom Dramatio. Oh, das ist jetzt ein bisschen bitter. Das ist bitter. Dann bleiben wir halt im Vanilla-Look. Egal. Ja, genau. Diese Zoom. Aber deswegen will ich jetzt nicht Sound ausmachen. Ja, ich dachte eigentlich, wir finden die ein bisschen Kohle. Jetzt mache ich halt erstmal einen Fußboden. Zack, zack, zack. Geht ja ganz schnell. Zack, 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 zack. Und ich hätte gerne Kohle. Weißt du, was wir machen? Nein, zwei, drei, vier. Ja, wobei, so geht gar nicht. Wie viel geht denn? Mal gucken. Ich glaube, eins oder zwei vielleicht pro... Ah, ich kann die ja noch verbringen. Dann reicht es bestimmt für zwei. So, Kohle. Das ist Kohle. Oh, Kohleland. Kleiner Insider von Exit. So. So. Bitte noch... Richtige Notlösung. Also München ist nicht nur auf zwei Sticks gekommen. Naja, er hat den Stick noch aufgefressen. Oh, da haben wir noch Kohle übrig sogar. Und... Ich hätte halt gern... Essen und Wolle wäre super, beides. Würde ich... Ich will nicht sterben, weil sonst muss ich wieder 20 Kilometer laufen, dass ich mal hier bin. Ich kann jetzt noch nicht die ganze Zeit ohne... Überall Kreper und Skeletons. Dann noch in der Tür kommt ja auch nichts rein. So. Hier steht nicht, warum da jetzt drei Türen rauskommen. Aber gut. Lassen wir Minecraft einfach mal die Freude. Noch ein Stück gibt es sie. Ja. Ja, gut. So. Superschöne Treppe. Ich weiß. Ähm... Keine Ahnung. Jetzt weiß ich nicht, was ich machen soll. So. Ist das nicht schön? Ist schön, gell? Wunderschön, so. Bisschen random. Dann hier noch eine Fackel dran. Oh, genau. Vielleicht sollte ich noch ein Schild bauen. Anscheinend muss man hier sein Haus mit einem Schild markieren. Oder es ist zumindest ziemlich schlau, das zu machen. Und so und so und so und so und so. Alter, wie lang... Wie laut, meine ich. Aha. Gerade nicht. So. Ähm... Hier baue ich weg jetzt sofort... Man muss klare Zeichen setzen. Das ist doch vielleicht schöner für... Na... Das ist besser. Hm, 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 hm. Jo. Passt eigentlich, ne? Ist gar nicht so scheiße, was wir jetzt haben. Wenn dafür, dass die erste Folge so inhalt war... Ich habe ja jetzt... Ich hätte Karotten jetzt gehabt. Und das wäre super geil gewesen. Weil die geben a lot of foods sozusagen. Die holen jetzt direkt mal ein bisschen Glas durchbauen, oder? Eins, zwei... Fünf, weg. Sieben, acht. Neun, zehn. Elf, zwölf, dreizehn. Sechzehn. Und weg. Tschüss. Get me if you... Ah, bye bye. Die sind jetzt seit neuestem ja so smart. Deshalb lieber mal zubauen und auf der sicheren Seite sein. Ich bin eine Bitch. Na, und dann kommt hier so ein... So eine richtig fette Glaswand rein. Komm her, ich bin in meinem Bunker. Hier kannst du mich nicht mehr sehen. Ha. Get the fall damage. Ja. Wird aufs Holz gemacht, denke ich mal. Vielleicht holen wir uns später nochmal was anderes. Kannst du bitte weggehen? Vielleicht machen wir das auch nochmal größer. Ist ja ein bisschen... Ist echt ein bisschen klein eigentlich. Kommst du hier nicht rein. Aber noch eins. Nämlich die Glass Paints. Ja, ich denke, das machen wir sogar mit dieser Erhöhung. Das sieht ziemlich cool aus eigentlich. Müssen wir halt, dass wir wieder eins höher machen. Aber das ist ja kein Problem an sich. Das muss mal zwei höher, weil ich keine niedrigen Decken mag. Und dann das abholzen. Und wegschaffen. Ich glaube, der kommt hier auch so nicht rein anscheinend. Dann kann ich die ersten Glass Paints direkt machen. Ich denke mal, ich werde jetzt in Not sammeln wir halt nochmal. Aber dann haben wir schon mal ein erstes bisschen was von Haus. Ich mag es eigentlich zuerst Häuser zu bauen, weil das ist einfach so ein Spann... Nein, das ist nicht. Das ist langweilig. Aber trotzdem. Hm. Ja, und da muss dann halt eine Decke drauf. Bisschen hoch, glaube ich. Nicht die. Genau. Nein, so nicht. Ähm, ja. Komme ich da noch... Ja, da komme ich auch noch dran. Perfekt. So. Boah, ist das schön hier. Ja, 17 Minuten, die ich nichts gemacht habe. Die Folge heißt einfach der erste Hausbau und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Boah, ist das schön hier. Tschüss.